ja da bin ich wieder mit franze mit meinem huhn der sich gerade wieder wälzt ja warum dieses video jetzt wird gerade windig kann ich eigentlich jetzt auch hier kann ich nicht ist ja auch scheißegal warum dieses video ja in den letzten paar tagen sind einige live streams gekommen von mir und manche kam besser an manche kann weniger besser an das wird sich hoffentlich bald mal ändern und so ein vlog mit dem hund mit hund ist ja bei euch richtig gut angekommen was mich gewundert hat ich glaube über sieben likes habe ich mir gedacht machst du noch mal eins mit und weiter schauen wie gesagt mit den live streams ich hoffe dass sich das ein bisschen ändert bald wie gesagt und mein größter wunsch ist aber da muss ich noch definitiv besser werden ist ja planet coaster das habe ich schon seit einigen monaten auf meinem steam konto auch schon installiert haben auch schon versucht aber so gut wie andere leute andere let's player da ihre praktisch bei weitem nicht nicht wird nicht noch gut und ja wie gesagt also das ist halt mein bank und ich definitiv was ich sagen wollte jetzt auch und dann auch meinen eigenen let's play park so zu konstruieren ob das mir gelingt ist fraglich weiß ich nicht wird tatsächlich nur wann aber nichtsdestotrotz macht es mir riesen spaß ich weiß aber ich muss man aber da kann man mich kaum sehen es ist wie gesagt was im planen wo alles hinhaut was sagst du dazu keine lust muss mir unbedingt mal was leckerli aus das waren und stock ansonsten es gibt sonst noch neues ansonsten so weit eigentlich nichts wie gesagt außer dass was in planung steht und dann ein zweiter bildschirm und was ich das alles anschließe das weiß ich noch nicht und guckt euch diese wilde nudel an guckte ich diese guckte ich diese wilde nudel an los kommen ja naja wie dem auch sei jetzt habe ich den fahnen verloren scheiße hör auf hasenküttel zu fressen und kommen scheiße ich hab den fahnen verloren franze die gehorcht heute mal wieder eins haben kommst du jetzt mal heiligst lächle jetzt gehen wir mal durch gestrüpp mal kurz hier abstellen jetzt bin ich nur für euch da also wie gesagt es geht weiter es ist wie gesagt was in planung und ich hoffe dass das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle und wenn dann wird es super weiter laufen es gibt es existiert ein spenden link ich weiß noch nicht ob es sich wirklich lohnt den spendenling einzufügen keine ahnung und ich möchte ja auch nicht irgendwie als großkotz ankommen so dass man denkt der will ja nur kohle von uns haben nee das will ich um gottes willen will ich das nicht er ist da da er ist existiert und ich weiß ja nur nicht ob ich ihn wirklich benutzen soll manche leute haben mich zwar schon gefragt wo ist der ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben ob ich ihn einfügen soll oder nicht so jetzt geht das wieder 7 minuten 40 sekunden und ich muss den hund jetzt auch abliefern und nochmal weiter schauen in dem sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag und ja haltet ihr euch steif genießt das schöne wetter ne fränse ja haltere schmuse katze hehehehe in dem sinne noch ein schönes dach und bis bald tschüss tschüss tschüss